vielen dank für die blumensten stellen oder schränke wie lieb von dir egal ich will euch nie weg kraulen wegen meinem gesinge ja ja so einfach geht das dürfte eigentlich für ein paar bete reichen häufig zumindest na gut ich weiß dass es reicht aber trotzdem häufig zumindest so ja ja noch stimmt sollte dann eigentlich alles ohne probleme gehen vor allen dingen mit dem dünner nur vor allem ist es die nicht durchsagen ist es ist eine geile idee dass die dünner eingeführt haben wie man den zwar herstellt das ist ein bisschen pervers ein bisschen eklig aber passt schon das man eben halt nicht ändern was muttert mit natur dünner halt so wieder ein paar bete fertig jedes ist mir ist echt aufgefallen dass ich dort immer die falsche tasse drückt um den schrank zu schließen also das inventar von dem schrank zu machen ist noch nicht ein einziges mal gelungen hat das ging wegen wegen nachtüberspringen ja gut ich hatte ich den vorschlag gemacht dass die es eben halt so machen können dass man wie bei meint schafft die nacht überspringen die dem man schläft es gibt eben halt auch mats dass es eben halt schneller geht wenn zum beispiel die hälfte oder drittel durchschlafen dass dann die nacht übersprungen wird micken die hier auch machen ist eigentlich auch keine so dumme idee die ist eigentlich aber relativ geil muss ich mal sagen okay ja danke vielen die schränke an der mauer sind nur dünner schränke jetzt ja nöten tustern woanders sind ich glaube jetzt habe ich ein kleines klick der muss wird ein kotzschrank und die kiste wird die samenkiste denke ich zumindest verschreckt auch nicht mehr tut mir leid das ist das zeugnis kaputt machen irgendwann passt schon irgendwann kriegst es noch hin so ich habe eigentlich auch mal was anderes überlegt dass man eben die drei erreichen ich habe vorhin du hast bald noch wo du angekommen bist geerntet pro pflanz also probisch habe ich irgendwas mit 250 ernten also das geht relativ fix was da schrecklich so was ohne witz gut müssen wir neu sammeln was man eigentlich schon gemacht haben nur das holz ist alle also erst mal die ganzen dünger in die bäder reinschmeißen ich versuche bei jedem beet so ungefähr die gleiche anzahl an dünger samenzellere pp drin zu haben aber mal die übersicht halber ja ansonsten läuft eigentlich gerade alles ok kannst du die reinlegen magst du es nie holbrot ok ne aber es läuft schon ein bisschen verraten wird das blöde angepasst das zu sagen ja gibt es dort auch das ist wohl wahr und dafür so dann möhrensamen gibt es auch schon aber bestimmt die gibt es schon lange na klar mir fehlen jetzt gerade sorry mir fehlen jetzt echt gerade die worte weil wie schon gesagt es ist ein bisschen bescheiden so was habe ich jetzt wieder wasser erfüllen hätte ich eigentlich auch am dings machen können an den wasserspendern dort an den dreien so und jetzt gucken wir uns erstmal den spaß an den er hier verzappt hat ich muss sagen ja sieht aber trotzdem geil aus da ist mein mist käfer schon noch ein bisschen am basteln weil ich habe was und immer daran denken misst misst käfer auf gewicht auf gewicht skilln weil dann genau das gedauert tragen immer so ein kleiner guter tipp ich verschrecke jetzt gar nicht wo ich das gelesen habe aber läuft definitiv ja bei mir alles schnell ja wenn die ressourcen da sind ja was die deutsche drin rumlaufen oder ausreichen oder so was ja ok jetzt fangen sie an rumzulaufen finde ich finde ich persönlich echt tausendmal besser oder zwei macht es bei er sieht schöner aus bissel durcheinander bissel kurios aber sie trotzdem schön aus ich bin eben halt so so erinnert er auf ich glaube das war es auch schon langsam für den teil ich sag's ganz brutal ich bin froh muss ich das nicht mehr nach kommentieren ist nämlich eine scheiß arbeit um ehrlich zu sein egal was ist ein andere zeichen drüber jedenfalls wenn ich die zeit angucken war es langsam ich bin ich jedenfalls viel spaß beim zugucken ich freue mich dass es dass das damals jetzt vorbei ist dass es dann wieder ordentlich weitergehen kann ohne nach kommentieren und ich würde mich auch über ein abo kommentar oder daumen freuen dann viel spaß beim gucken und schüssen